Ihr Willkommen zum neuen Animal Crossing Video und gerade meine Nintendo News gelesen, dass Animal Crossing am 23. April, also in zwei Tagen, neues Update bekommt, kostenlos und da ist einiges los und ich würde sagen, wir schauen doch mal in den Trailer rein und analysieren so nach und nach, was alles reinkommt und ich erkläre euch, was da alles neu reinkommt, also richtig crazy. Also hier, der Trailer nochmal von Nintendo selber, am 23. April geht das Ganze los und es gibt neue Inselbewohner bzw. Besucher, die reinkommen, zum Beispiel den kleinen Herrn hier, Leaf, ich weiß nicht, wie der im Deutschen heißen wird, aber der verkauft auf jeden Fall neue Büsche bzw. ihr seht das schon hier, wie man ihn aufstellen kann und zwar so Teebüsche und verschiedene Pinke mit Lilien dran und so weiter, Orchideen, richtig nice. Dann gibt es ein kleines Bötchen, was man besuchen kann und zwar Jolly Red und der hat sozusagen, ja ich sag mal, so eine Art Schwarzmarkt, wo man ein paar Dinge kaufen kann, so eine Erweiterung praktisch vom Laden, wo es neue Dinge gibt, die man einkaufen kann und die vorher nochmal begutachten kann, wo man natürlich Geld für bezahlen kann. Zusätzlich gibt es im Museum Neuigkeiten, denn das bekommt tatsächlich eine Erweiterung und zwar um Kunst, das heißt also Bilder, Skulpturen und ich weiß nicht, was noch alles hinzukommt, das ist auf jeden Fall richtig crazy. Zusätzlich gibt es noch jede Menge neue Events, vom 23.04. bis zum 5. Mai gibt es nämlich den Naturtag sozusagen, bei dem es dann neue Möglichkeiten gibt, Nugmals zu verdienen, indem man halt verschiedene Naturdinge macht, ich denke mal passend dann dazu, um diese Büsche und so weiter zu pflanzen. Dann gibt es einen neuen Mayday-Ticket vom 1. Mai bis zum 7. Mai, wo man dann auf neue Inseln kommen kann. Wie ihr schon sehen könnt, die sehen komplett anders aus mit so einem Maze, also mit so einem Adler wie Rind und so weiter. Dann gibt es einen internationalen Museumstag vom 18. Mai bis zum 31. Mai, wo es dann gilt sozusagen, kleine Aufgaben zu erfüllen, um beispielsweise hier Fischis reinzupflanzen und so weiter. Dann vom 1. Juni bis zum Ende Juni, also 30. Juni, gibt es die Möglichkeit, ja Anniversary-Fotos zu machen, das heißt also, wenn zum Beispiel jemand heiratet auf der Insel oder so, richtig, richtig crazy. Also extrem viel neuer Stuff, der reinkommen wird und ich freue mich da wirklich extrem. Ich bin hier gerade auch auf dem YouTube-Channel von Nintendo. Also ich freue mich da wirklich extrem. Wir können ja nochmal durchgehen hier, was alles Neues. Also hier sehen wir zum Beispiel nochmal die einzelnen Tee-Sorten, die man hier, man kann so Teebüche pflanzen anscheinend und ich glaube auch so normale Lilien. Ich weiß nicht, ob man die auch zeigt noch. Ich spüre mal kurz einen Tück zurück. Ne, kann man leider nicht sehen, wie die heißen. Doch hier, genau. White Azalea, genau. Und dann diese Tee-Leaves, genau. Orange-Tee, Yellow-Tee, richtig nice. Kann auf jeden Fall dazu beitragen, die Insel viel, viel schöner zu machen. Und vor allem, ich bin gespannt, wie das dann aussieht in den verschiedenen Jahreszeiten, wie die sich dann verändern. Und natürlich hier das Boot, was ich auch absolut nice finde. Ich weiß nicht genau, ob das bei jeder Insel gleich irgendwie positioniert ist. Es sieht so aus, als wenn es an diesem geheimen Inselplatz ist, den auch jeder hat, im Norden. Es kann gut sein, dass da dann tatsächlich das Boot anlegt. Und wir sehen schon hier, da geht man dann einmal rein. Man sieht natürlich innen drin riesengroß aus. Und wir sehen auch schon hier, was er alles hier so hat. Der Red hat also jede Menge Stuff. Und die kann man dann auch begutachten, weil es da ein bisschen dunkel drin ist. Natürlich alles ein bisschen schwarzmarktmäßig gemacht. Also kann man hier so eine Art Gemälde und so weiter. Das finde ich absolut nice. Also Gemälde haben wirklich gefehlt. Passend dazu dann natürlich auch hier diese Museum-Expansion, wo man dann hier auch schon sehen kann, wie die richtig schön eingelagert werden, die einzelnen Bilder. Oder auch hinten schon drangemacht werden. Oder auch die Skulpturen, wie die hier stehen. Absolut nice. Das heißt, es gibt für uns jede Menge neue Sachen wieder zu tun, was ich absolut geil finde. Also Content kommt auf jeden Fall nach. Und natürlich dann, wo wir schon von Content sprechen, die absolut krassen Events. Also Naturtag ist natürlich heftig, der natürlich dann auch irgendwie anderthalb Wochen ungefähr geht, wo man dann wieder neue Meilen verdienen kann, Zusatzmeilen verdienen kann, die man dann auch braucht, weil man die dann später einsetzen muss, beispielsweise für diesen Mai-Tag. Und da sieht man es auch schon. Diesen Mayday-Ticket. Absolut nice. Wo man dann auf so neue Inseln kommt, wo auch so verschiedene neue Sachen rumliegen. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann wird und was für neue Inseln es da vor allem gibt. Und natürlich dann hier diese Option, wie gesagt, nochmal, wo man dann, hier kann man es nochmal sehen, wo man sozusagen Stempel erfüllt. Das heißt also, wenn man so verschiedene Fische beispielsweise reinpackt oder verschiedene Gegenstände reinpackt in den Tank, dass man da natürlich noch was für bekommt. Und natürlich hier, was auch krass ist, dass da jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich hätte gerne irgendwie Fotos, die arrangiert werden sollen. So einen Raum, den man gestalten kann, wo dann so eine Party läuft, wie beispielsweise hier eine Hochzeit. Was ich absolut cool finde, dass man da nochmal ein Foto macht und da nochmal alles arrangiert. Also, richtig geil. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Schreibt gerne mal rein, worauf ihr euch am meisten freut, was ihr von den Sachen am geilsten fand. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin extrem gespannt auf die neuen Gestaltungsmöglichkeiten, was da alles auf uns zukommt und natürlich auf den Schwarzmarkt-Händler. Denn ich glaube, das im Zusammenhang mit dem neuen Museumserweiterung wird richtig, richtig geil werden. Also, bis hierhin, Leute. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.